Ich versuche meiner Freundin, die seit über 10 Jahren turnt, verschiedene Parcours-Skills beizubringen. Der erste Parcours-Skill, den ich ihr beibringen wollte, war dieser sogenannte Wall-Run. Ich habe den ihr erstmal vorgemacht und dann war sie auch schon an der Reihe. Sie hat es tatsächlich direkt oben an die Kante geschafft, musste sich dann nur noch hochziehen. Das war gar nicht so leicht für sie, aber mit dieser etwas außergewöhnlichen Technik hat sie es dann auch geschafft, was sie natürlich extrem gefreut hat. Nächster Trick. Ich habe leider keine Ahnung, wie der nächste Trick heißt, aber weil er cool aussieht, wollte ich ihm Merle beibringen. Und die ersten drei Versuche waren leider failed, aber beim vierten Versuch hat es dann geklappt. Ja, den nächsten Trick, den Merle nachmachen muss, ist dieser hier. Der sogenannte Gate-Walt ist perfekt, um Zäune zu überwinden. Ich habe Merle dann gesagt, sie soll mir einfach nachmachen und das hat eigentlich auch gut geklappt, bis auf hier die Handposition. Aber als sie das raus hatte, hat sie es dann wirklich perfekt hinbekommen. Hättet ihr euch genauso gut geschlagen wie meine Freundin?